hallo und willkommen hier beim landwirtschaftssimulator 17 von der map Südhemen heute möchte ich die weinfabrik mit weintrauben beliefern ich mal hier ins silo rein ob wir hier weintrauben drin haben ich hoffe doch so dann fahre ich mal hier unter das rohr und da sind sie auch schon so aber ihr kennt mich ja das ganze wird jetzt mal automatisiert die hat Und da fahre ich jetzt mal hier schnell einen Kurs ein. Aufzeichnen und beginnen. Und das Ganze geht hier zur Weinfabrik. Und das machen wir mal schnell schnell. Oh, die Katze. Hier an den Kühen und an den Fahrsilos vorbei und die muss ich noch aufräumen. Aber alles zu seiner Zeit. So, die Paletten muss ich auch mal wieder hier wegnehmen von bzw. bei den Schafen. Und hier quasi noch, wie heißt das, Paletten kaufen für die Weberei. Aber jetzt mal, jetzt ist erstmal hier die Weinfabrik dran. Und ich hoffe mal, dass das so funktioniert. So, wie ich mir das vorstelle. ich sehe gerade da steht was im weg wieder schnell mal weg fahren an die seite unseren Gabelstapler mit dem Ladehänger so, dann wieder zurück in den Traktor und hier den Kurs weiterfahren durch die Weinfabrik und dann wieder zurück zum Hof bin ich mal gespannt ob das was wird hier dicht ran fahren und dann wieder zurück hier mal ausholen und dann wieder raus das ist eine enge Geschichte hier die Halle die Fabrikshalle so jetzt fahren wir wieder zum Hof zurück hier hier zum Hof da hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Riff an. So, ab hier mache ich mal kurz Time-lapse rein und sag mal. Time-lapse. Ab. So, ab hier mache ich mal kurz. 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 Das war's mit den kleinen, aber feinen Liefertur. So, jetzt müsst ihr eigentlich, wenn er jetzt hier ist, anhalten. Und quasi aufhören. So, ab hier machen. So, ab hier machen wir mal kurz. So, ab hier warten, was er jetzt hier macht. So, ab hier machen wir mal kurz. 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 Jetzt stelle ich mal hier wieder an die Seite. Und dann sage ich mal hiermit Bye Bye und bis zum nächsten Mal.